Dad. Ui, was ist los, mein Knüttelchen? Was machst du auf der Wanne? Willst du duschen gehen? Hab Durst. Ja, das ist einfach zu lösen, Benni. Geh einfach zu einer der ganzen Trinknäffe, die hier in der Wohnung verteilt sind und schlabber dir den Kessel voll. Dann bist du nicht mehr durstig. Dafür musst du doch nicht auf mich warten. Hier ist besser. Wo ist es jetzt besser? Aus dem Hahn. Benni, da ist überall das gleiche Wasser drin. Das ist alt. Das ist jeden Tag frisch. Ui, kaum. Du Quatsch, Birne, das ist frisch von heute Morgen. Und jetzt haben wir? Ähm, jetzt ist es kurz nach dem Mittag, gegen 14 Uhr circa. Ist alt. Das Wasser ist nicht alt, das habe ich vor 5 Stunden frisch gemacht. Außerdem bist du zu fein aus deinem Trinkbrunnen zu trinken. Ist abgestanden. Du und deine Wassermacke machst mich wirklich fertig. Komm her, ich mach dir den Wasserhahn auf, dann hast du dein frisches Wasser. Hier, lass es dir schmecken. Aus der Wanne? Wie willst du denn sonst trinken? Aus der Quelle. Dass du jedes Mal eine Extrawurst bist, Benni, dann trink aus dem Wasserhahn. Lass es dir schmecken. So, lecker. Nium, nium, nium. Beste Wasser. Nium, 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 die euch glücklich machen. Bist du denn jetzt zufrieden mit deinem Wasser? Das war lecker.